Minigun-Drohne ist das? Reaktorkern habe ich, ein Kapazitator, ein Computer, drei Pipes, einen Motor und drei Metallkomponenten. Hast du auch irgendwo so ein Ding gefunden? 15mm-Patrone, keine Ahnung wo das reinpasst. Sniper vielleicht. Antibiotik und Large Medi-Kit. 350 Läden halt das Ding. Kannst du mir gleich mal geben. Komm zu mir. Du hast auf mich geschossen. Schwein. Schweinchen dick. So, hier mache ich eine Taschenlampe an, damit ich auch ja nichts übersehe. Schon auch nicht ohne. Hast du wahrscheinlich gelootet? Ja, da gelootet. Und da ist auch nichts mehr zum Looten. Hier geht es runter, da will ich aber nicht hin. Da lang. Dim, didim, didim. Dim. 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 gelootet ich glaube da geht es noch weiter hoch da vorne hoffentlich haben wir noch mal bin abgestürzt ich glaube ich gehe zurück ist glaube ich auch nicht mehr viel oder auch gar nix das ist doch ein kaktus oder was kaktus und kaktus das habe ich jetzt gegessen gibt stamina kostet aber leben nicht der kaktus ich meine diese komische frucht ja gut dann vielleicht ist was schon gut ab nach haus wo es ist escape wird nicht mal angezeigt muss ich die map aufrufen bei mir wird es angezeigt weil du ja auch schon richtung zu hause gegangen ist ja aber das wurde vorhin auch angezeigt ach ja stimmt das recht tausend meter wir sind es noch 600 vielleicht oder wie groß ist der see wo ist der see überhaupt da ist der see ich gehe auch andersrum um den see aber gleich ist nacht sehe ich eh keine corndogs mehr spieler deine taschenlampe vergessen du die taschenlampe bringen scheiß trick ich habe dir doch gesagt du sollst du sollst da so eine ration mitnehmen ein wort leid so ein gelbes ding so ein ich habe nichts mehr ration das macht 500 foot voll hast du mir nichts von erzählt doch ich nehme 1 oder 2 oder ich nehme die hälfte und du die hälfte habe ich gesagt kann sein weil sie nimmer das spieler der schlangen schlangen kopf ich nehme ich esse jetzt so eine so eine frucht auch wenn sie 100 helft kostet ich wenigstens rennen ach genau ich wollte ihr ja medikit geben wieso ich finde so gibt es auch stamina es gibt nur aber kostet 100 leben schlangen kopf abknallen nachdem er einfach alles mit dann gerade irgendwo runter gefallen tja es ist hier für ein loch gestalt drin wasser auch hast du ein bohrer dabei da ist noch ein schlangen kopf ein hydra ja das ding heißt uti 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 pause gemacht haben ich mache keine pause ich habe da bin ich jetzt noch 500 meter weg oder das ist ein schlangen kopf war noch da mein ganzes magazin rein ich brauche zwei magasen 20 schuss brauche ich so habe ich noch so eine frucht ich glaube nicht jetzt muss ich langsamer gehen ein jetpack kriegt das ist voll okay das baut noch strom ist noch eins drin habe ich da noch Prozent müsste ich jetzt auch haben vier das ist nur vier noch keine Pellets mehr Pellets was für Pellets so hier Strom Pellets aber das ist ja also Prometheum Pellets das müssen wir auf jeden Fall wieder Strom machen da das bist du okay habe ich vielleicht auch so ein Dings gebaut so ein Dings 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 nein habe ich kein Dings die Ausbeute von einem Raumschiff pack ich alles ach nee du bist da dran ach genau das könnte ich jetzt auch da reinpacken ich stapel das aber gleich mit den anderen Sachen was ich eh schon drin habe das habe ich gar nicht so viel herstellen das habe ich gar nicht so viel herstellen ich habe doch irgendwo den Motor gebaut oder nicht dafür habe ich jetzt zehn Motoren das da das da keine Ahnung das da das war da oben irgendwo da ähm bbbbb koppel fiel iron wo machen wir die ganzen Patronen rein in irgendeine Kischke oder das ist doch erstmal egal das ist doch eher nur das Raumschiff eigentlich schon kann ich ja eigentlich gleich alles da reinmachen auch stapeln tue ich es trotzdem mal die Bläde da das da da eigentlich halte ich für sinnvolle Küche ja ich mach schon irgendwann eine irgendwann dann verhungern wir dann verhungern wir naa sammel Korndoks Och nö hier ich geb dir was ähm ich hab nur noch eins egal hier eins hält nicht lange an ja das ist äh Leben so hat er jetzt vielleicht ein Ei das mir gegeben oder was ja medikit medikit ja medikit habe ich ja schon hatte ich dachte du hast kein Leben du voll nein ich brauche essen immer noch da sind noch deinem emergency rations drin wo in welcher Dippelheimer rechts neben mir rechts neben dir wo bist du oh stimmt sind das beides meine oder was ja ich hab schon zwei genommen sind aber schon beide weg wo hatten wir denn das zeug da drinnen da oder was ist denn ein fletter tool oder fletten tool da macht man den Boden wieder grad das ist für vollständig nicht mehr hungrig ne die ration oder was war das food 500 ja ist vollständig und 250 stamina ja gut also ich würde dann gleich erst mal eine päuschen machen für ein paar minuten jetzt wo noch nacht ist kann ich gut eine pause machen dann geht es gleich beim tag weiter dann mach weil wir müssen ja verantwortungsvoll sein und in der stunde muss man immer zehn minuten pause vom spielen machen ja das stand früher auch in den anleitungen bei den megadrive spielen oder bei den mastersystems weißt du was mich interessieren wird ich zähle nachts ich zähle irgendwie nachts den scheiße wassergenerator nie unter wasser unter wasser ich schuld den irgendwo ich hab den mal bei nacht gefunden ich sehe ich den sauerstoffgenerator ja der ist aber im seichten wasser im ganz hellen trotzdem nicht ja aber wenn er dann du musst dann nur den rand ablaufen der muss hier irgendwo sein komm her wo steht er ich habe ihn schon gefunden obwohl ich ihn nicht aufgestellt habe junger jetzt komm her und sag mir wo der ist ich weiß es selbst nicht genau es ist nacht und ich sehe den scheiß alter ja vielleicht siehst du denn bei mir existiert er nachts überhaupt nicht heißt warte mal ich kommen wir erst mal zu dir das ding blöde ist das ist eine grafik was verändern von fast auf best läuft halt nicht mehr so schnell aber egal ich glaube du bist da nicht ganz richtig muss richtig sein du bist doch nicht ganz richtig super jetzt hat sich noch das spiel aufgehängt echt? na gut jetzt habe ich beste grad oh das läuft doch immer noch mit 30 freunds ok dann kann ich ja best lassen ich sehe da nix da ist er doch wo? da ist bei mir gar nix warte ich hüpfe mal rauf also äh bei mir ist gar nix aber ich kann darauf zugreifen was die grafik fehlt einfach oder was? ja da ist er verhofft nix dann entschuldige ich mich du stehst in der luft dann entschuldige ich mich für mein äh meine worte aber jetzt gehe ich erstmal kurz auf den balkon mann und entspanne ich muss bis zum tag warten sonst verbringen das nix ich wollte da jetzt eine bude hinbauen aber ich muss wissen wo das ding steht ich bleib darauf stehen dann weißt du es ja so bis gleich ich mach mal ein bäuschen ok ähm ich weiß halt nicht wo ob ich das dann richtig hinstellen ich bin dann kurz weg ne du redest mit dir selber oder mit deinen zuschauer ja ja schön für dich ja hinstellen hm der mit seiner scheiß Tür da ok jetzt habe ich das ding hier hingestellt steht da jetzt hm wo ich schon jetzt ist da ist es hier müsste es sein ja hups der steht in der wandschen hupselah hihihi steht das ding jetzt falsch verdammt verdammne kacke verdammt doch scheiße gebaut doch der da wieder rauskommt hihihi muss man halt kurz abtoken wenn man zu dem ding hin will da steht es doch oder nein steht es jetzt da Da! Das ist... Ist das Mitte? Ah, das müsste Mitte sein. Mitte... So, dann lasse ich da jetzt eins offen. Das war ein Plümsklo. Und dann stelle ich die Dinger eins dahin und eins dahin. Und dann kann man hier runter und drauf zugrippen. Ist zwar scheiße, aber... ... Na ja. Hehehe Da ist ein Planet… Lavaplanet… Da ist der Eisplanet… Und der Mond? Keine Ahnung... ... ... Ha Mama! Oh je, hätte ich besser gewartet, egal. Ich bin ja mal gespannt, wie lange der jetzt weg ist. Das ist schon wieder eine halbe Stunde. Mir sollst du auch noch eine Knarre drin. Wenn der das nicht mitnimmt, dann behalte ich es halt. Voll Idiot. Na ja. Kleines Zipfelchen halt. Oh, das ist da auch noch. Ich glaube, das breche ich ab. Hab ich noch Dingens? Ne, keine Pellets mehr. Ähm. Ähm. Dumm-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Okay. Bei. Mal wieder 10. Da 10. Und da. B-b-b-b-b-b. Ups. 20. Und. Dann brauche ich, habe ich da Glas. Glaspanel habe ich. Aber klein, keine Glas. Fenstottingens da. Nö. Da. Machen wir mal 5. Da. Ö. Wie viel soll ich da machen? 1. 2. 2. Oder 4. 4. Da 4. Ups. Komm. So. So. Ups. So. Gut. Und dann könnt ihr, mhm, jetzt kommt ihr wieder. Du mit deiner Scheiß zur Schiebetür da. Hast du gehört? Scheiß Schiebetür. Oh, deswegen ist da irgendwas vor mir. Okay. Okay.